Ach, wie soll ich denn da hinkommen, ohne entdeckt zu werden? Der Typ hat überall seine Augen. Ach gut, einfach durch so einen chilligen kleinen Sheet. Ja gut, Sheet ist es nicht, aber... ...nicht wirklich Eigenarbeit. Und schnell zu ihr. Wir sind in etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tod und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havana. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern partiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Aye. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wiederseht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Mission beendet. Nichts ist wahr. Ob es sondern Ziele. Bis auf Schatzkisten gemacht. Oh. Na. Seines Definitions ist eigentlich ganz geil. Ich war einfach nur zu nubig dafür. Gut. Manche Sachen, die waren noch ein bisschen sinnlos, aber davon sehen wir jetzt einfach mal weg. Das hat die Mission sehr gut gekriegt. Weil eigentlich die Felswange groß ist als meine Nubigkeit. Ich habe nur durch waschen. Ich habe nur durch die Felswange in diese Lage gebracht, Kind. Was um alles in der Welt war das für ein Wilsbeut? Ah, dabei. Ein Assassiner. Und mein Mentor. Was ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo. Aye. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur Weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln mich werden. Du klapperst sie nah. Doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den hochmütigen, Kat. Ich folgte dir als... Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Aye. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. So, den müssen wir heute eigentlich verlangt, da ich hier rüberkomme. Der ist ja natürlich sehr klug. So was einzuprogrammieren und dann keinen Zweitweg irgendwie reinzupacken. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist deine Tür, denke ich. Aye. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Okay, mit dem Zweitweg nehme ich zurück. Denn ich war zu lobig, gerade den zu finden. Ich darf den Fernwein. Das sind doch keine Schiffswannen. Wappe. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben. Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch ohne Ziel. Oder nicht. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Ja, chill. Wey, er ist ein Tauch. Da ist der erste Tauchgang. Und Luft holen. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kit. Und wieder runter. RT halten, um schneller zu schwimmen. Sie raten, die Luft geht dann weniger. Nein. Und hoch da. So, fertig. Nix wert. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz? Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie war es denn? Ich zeige mich, du sollst dir den Kopf verbringen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zu Recht. Oh, ich kletter schon mal, ne? Bis du da bist, dort hat ja noch ein paar Nächte. Fange ich schon mal an. Das, was ich ja wissen muss, das wird ja eh gescriptet. Das ist ja eh shit, egal. So. Ah, zum Famm, Schatz. Das ist alles. Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den weißen nennt. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Päder eingraviert, aber nicht die selten. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welchen? Okay. Dort kann man ja eventuell beantworten. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Da ist ein schilder Vogel. Einer sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Geh mir mal zur Hand. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Kann ich jetzt bewegen oder nicht? Anscheinend nicht. Okay, ab und zu bin ich für Rätsel einfach nur zu tun. Ach so. Logischerweise. Das scheint nicht zusammenzupassen. Ah, zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Zack. Jetzt weiter. Jetzt muss ich nur gucken, was ist da abgebildet. Kein Plan. Das würde ich einfach mal sagen. Na. Nein, anscheinend nicht. What the fuck? Okay. Für solche Rätsel bin ich etwas zu dumm. Oder muss ich das machen? Wartet mal kurz. Hebel nehmen. Das ist gut. Hebel loslassen. Dann. Auf den grünen klettern. Die damit runter bewegen. Und jetzt haben sie das so. Na gut. Ganz den Sinn dahinter habe ich nicht verstanden. Aber... Wir kamen ja weiter. Okay, ich glaube ich habe es gecheckt. So. Den loslassen. Hier hochklettern. Da drauf. Warten bis der runter geht. Bla, bla, bla. Hebel nehmen. Hebel los. Nach. Na gut, dann machen wir das so. Ist mir auch egal. Zack. Hoch hier. Und runter mit dem Ding. Zack. Und passt. Hä, hä, hä. Ich habe den... Ja, ich weiß etwas dumm. Farbe zu Farbe. Ich dachte wegen den Tieren, wäre die Farbe irrelevant. Aber... Macht eigentlich viel Sinn. Das war eigentlich auch mein erster Gedanke. Nur wo die dann angefangen hat zu labern. Und da ich nicht wusste, wie ich den Block runtersetzen soll. Ich weiß ausreden. Bla, bla. Aber ist halt die Wahrheit. Und, ähm, ich bin gerade so ein Lübe, ich... Hier hochzuklettern. So. Alter. Lütschen. Zack. Und drauf. Und die Tür... Ist auf. Mein Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkamen. Hm. Wir sind fertig hier. Bisschen unbeendet. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. Die war geil. Ich fand die geil mit dem Rätsel. Was simpel ist, aber einen auch ein bisschen Brain fangen kann. Durch den scheiß Text, der geplaudert wurde. Gut, man braucht einfach nur ganz simpel senken, dann hat man das auch, aber naja. Ich denke öfters mal nicht simpel. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havana sah? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Müsstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Karten, die ihr den Templern verkauft habt, füllten sie weg zu uns. Nun wissen die Agenten Zweierreiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Und dann hier, ich frage mich, was fünfladen sie zurück. Diefst mich, was erlebe ich. Morgen wünsche dich.